So wir starten das Spiel, es hat ja einen sehr schönen Stil, einen sehr schönen Embrationsstil. Okay, wäre es D, oder vielleicht ist es ein 2-Move, Shift ist 1, Menü ist Tab, Pause ist Escape, ja, verständlich die Stellung, nichts Wildes. Let's start from the beginning. Im Zug sind wir. Okay, jetzt können wir stehen, wir sind hier in der Schule scheinbar. Dann spielen die Schülerinnen hier. Die Noisy Kids, du bist nur ran und fällst. Und Hausmeister. Das Locker won't open to anyone but the right person. Die rechte Person. Everything is in it's right place. The tightness of your locker makes you happy. And another one. The trashcan is filled with how to eat healthy pamphlets. Okay, ich bin mal ein Schüler, wollen wir mit dem reden. My mom made my breakfast in the shape of an electric mouse form. My favorite cartoon. But I left it at home. I have to tell you the newest gossip. Remember when I told you that Ginger Zack got a new girlfriend. And she will be happy. The snake is probably like a zack. Ah, Moni hat ein Post Horn. In die Kommentare geschrieben. Never mind they broke up. She has chosen that play with a new gaming console. That sucks right. Ok, mein Name ist scheinbar Charlie, in competition for the best Mud-Snowman, Mud-Snowman oder was? Wenn du Emojis zerregnen lassen willst, dann musst du drei davon machen, also drei davon ergeben einen, der den Bildschirm runterpüft. Dann musst du hier drei davon machen, dann musst du ein bisschen Spam damit was passiert. So, hier zum Beispiel. Well, Schuljahrt, Well-New-Strain-Full. Ah, ok. Sometimes everything goes well. Ok, es ist noch das Dorm. Der Unterricht beginnt. Charlotte, oder Charlotte, Charlotte, you wrote a really good essay about magical creators and fairy tales. Congratulations. Now, today's lesson, I am going to tell you about one of the greatest battles. Sorry, ich habe nicht mehr gesehen. Have you ever heard about the Great Emo War? Official sources say that here were no leaders among the evos. But that's not believed it. Better not trust birds. Aha, diese Art von Unterricht. Ach, Schubus. Per Zug, sondern Schubus. Mit Schubus geht's zurück. Dann kommen wir weiter zu Hause an. Applaus. Ich glaube wir sind in einer schlechten Sitcom angekommen. Es muss eine schlechte Sitcom sein. Oh, was school, darling? You got another A+. Then someone deserves a reward, I guess. Let's think. I know. Well, make you favorite pancakes. Yehoo. That's my girl. She's smart like her daddy. Honey. But you didn't even finish school. Wir sind in einer ziemlich schlechten Sitcom. Wie es ausschaut. I'll call you as soon as dinner's way. Und wir wohnen in einer schlechten Sitcom. Sehr schön. Erd anmachen. It's better not to turn the oven on. Nobody told you not to play with fire. Ach, schade. Ich hätte es jetzt gerne mal probiert. Und gerne mal ein bisschen im Ofen angemacht. Ich habe einen Kühlschrank. Joghurt, watermelon, chocolate, pudding. Und was ist bei uns? Ah, not longer filled with determination. Wir sollten vielleicht erstmal unseren Wunksamt ablegen und so. Dazu gehen wir vielleicht erstmal hinauf. Erst ein Bild. A picture of a happy family. New family. Ja, Publikum. The door is locked. 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 Lass mich raten, das ist unser Zimmer. Yo. An ordinary wooden chair. Ein normaler Holzstuhl. There is nothing interesting about it. Hm. Unsere Spielkonsole. Ein SNES-Resort schaut. Am Controller kenne ich, dass es ein SNES sein muss. Follow Duck Adventures Silent World. An old desk that was handed over to you by your parents. For some reason I put a smile on your face. Do you want to do your homework? Ahhhh. Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Da wird überbewertet. You don't feel like doing your homework yet. Morgens um 8, 2 Minuten vor dem Unterricht. Nochmal schnell abschreiben vom Banknach. So was gemacht. Hausaufgaben machen. Sehe ich so aus, als würde ich Hausaufgaben machen. A Bookshelf. A Comfy Bat. Perfect for listening to bad time stories. Bad time stories. Bad time stories? Flauschen der Haase. Your best friend and defender against nightmares. Ja, schön. Aber da muss ich sagen, dass man so großartig abgelegt. A big wooden closet. Your favorite spot to hide and seek. Ja. Dann gehen wir mal wieder runter. Zu Mami. Okay, was essen. Mami, hab Hunger. Good food, good food. All right, we got such a clever child. No fancy house. The new remote has so many buttons. You have no idea what they do. Talking heads are saying smart things. You understand very little of it. Sie sagen hier, dass hotdogs mit Mustangs und Sausage sind healthier, aber es ist ein Köln mit Maid of Facts. Wir sind in der Rampensitcom gefangen. To save then sorry. I wouldn't go there if I were in a few minutes. Hilfe. The door is locked. Ok, was können wir machen? Müssen wir selbst anfangen zu kochen. Entschuldigung, Frenzo. Ok. Joa, gibt es nicht mehr viel zu tun oder was? Ich muss meine Hausaufgaben machen. Ach so ein Trick. Ich wollte einfach auslasten. Ich wollte hier früh kurz vor 8 noch mal von Banknabern abschreiben. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Let's go. Charlie, dinner is ready. Sometimes unexpected happens. We have a surprise for you, darling. Charlie, you are going to be a big sister. Okay, kriege ich eine Schwester oder Bruder. Das ist noch nicht klar. The young prince defeated them. They both came back to their mother who was crying for. They all lived happy after after. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Ach so, Nachgeschichte vorgelesen. Switched dreams. The plan was to wait. Ach so. Shulaboos in Schulunterricht. Hallo... Mach mal nicht zu Hause oder was? Mom? Ja, wenn die Hölle gefriert. Es wird geboren, wenn die Hölle gefriert. Wenn die Hölle fährt, jetzt. Wie sind Sie bereit? Relax, still then. You have to take care of yourself for now. Aha, okay. Gute Nacht. Wenn es jetzt präsentiert wird, wird ein deutscher Englisch reden. Ja. So muss das. Das Baby kommt zur Welt. Ach du Schreck. Der Ton ist kein guter Ton. Jemand ist gestorben. Das Baby oder die Mutter. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Und wenn schon. Somewhere, sometime later. An innocent, false place so distant is almost forgotten. An undisturbed piece helped many exceptional creatures to find shelter here. Ein Eichwünchen. Ein Eichwünchen. Oh nein. Ein gefressenes Eichwünchen. Oh nein. So hat es lange seit einem Menschen aufs Leben gelegt. In diesem Wildnis. Except für die unmöglichen Tiere. Okay. Ein ganz. Om nom 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 Anywhere Tea Party Good morning Mr. Dwarf You made it We see Please accept our animal lost congruent titillations And everything would last in a perfect order Did you hear that? My little bird brain senses something bad Listeners Bonzo You'll never catch me Run for your lives Oh What's up? Jakes It's a monster I bet it's that duck Again One Zwerg rase Und Huhn hauen ab What's up What's up What's up What's up What's up Okay Okay Jetzt spielen wir den Jungen Ja oder das Mädchen Keine Ahnung Ist noch nicht sicher Ein Economic Tea Set It seems being empty And promises Anime Tea Party Ich hätte es gerne in Zwerg gespielt Aber was so ist We have found an icon One Ein Stern Ein Stern The woods are not free dark and deep But you have promised To keep And miles To go before you sleep Empty slot Ah hier können wir speichern The game was saved Was ist doch die Komplettlosung hier drin Äh Wie war nicht die Komplettlosung Das Komplettlosung Das Komplettlosung Aus Versehen das Komplettlosung Das Komplettlosung hier reinpackt And who do we have here Ein Frosch Oder nach jemand Just person This fucking place Wabits Wabits Sprech Sprech Never seen you talking to me before Deshalb So ein wenig Machen It is not that unusual You would see from strange things In this magical form of us Stranger things We have here a little Um We have here a little Um Obwohl ich hier ein bisschen was gesponsert habe, Produktplacement. Ich bin Slipply, der Hightmaster. Und du bist... ...dass mich nicht erzählen. Du bist verloren. Noch ein Serientitel, die du versteckst. So Mist. Noch ein Produktplacement. He he he. Und du bist zu schauen für jemanden. Der kleine Blonde... Blonde... ...Guy. Er war irgendwo über den Weg. Let me guess. Er ist so troublesome, junger Butter. Und... ...wether du magst es oder nicht, ... du musst nach ihm. Klassik Orchester. Where should you go, you ask? That depends a good deal on where you want to get to. Oh, you don't know? Then it doesn't matter which way you go. Just kidding, Wimps, Wimps. If you went back deep into the forest, you would starve to death alone. It's not a safe place for the girls. Okay, wir sind so ein kleines Mädchen. Ein bitter Stick out until you work. Old Housings work around here. Losers should stick together. Ich bin doch kein Loser. Okay, da ist unsere Heilung. Wenn wir verloren gehen wahrscheinlich. Wenn wir Game Over gehen. That was a fun start. Wait. Wimps. 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 Slippy joins the party. Wimps. 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 Get in two. Okay, relax, relax. I'm on your side. I just wanted to warn you that this dwarf is ready for action. And just wait for a tasty bite. But don't worry, rabbit, rabbit. I'll give you a quick hint on how two women should defend herself against such typically male violence used in self-defense. It's just a wrong fuss. Sometimes even in a fit table. So go for the ice or some other ways, but eat the bastards. But first you may need a weapon. I have to make a dragon. Oh man. I really like that. Got this. It's dangerous to go alone. Take this. Get some cones from under the tree. It's common knowledge. That cones eat nuts. Okay, we're going to have a must. The cones. Aha, we're going to have a fight against the Zwerg. Aha. Was absolutely gar nicht an Pokémon erinnert. Alright, one more quick hint. We can search for projectiles if you run out of them during battle. Let's get to him. Attackers, skills, conform, backpack, guards, run away. Look for some ammo. You may even find something cool. Okay. Comfort, faucets. Waitzdorf. Waitzdorf. Okay. Come, attacken wir's. Das böser Zwerg. Das böser Zwerg, dem muss vermöbelt werden. Das kennt auch nicht guten. Zwergen würden wir natürlich nie vermöbeln, wenn wir keinen Schaden anfügen. Das ist natürlich ein total böser Zwerg. Die worum ist irgendwie ein bisschen ein Problem, das richtig vorkommen wird. Und dann. Und dann. Wir müssen ja was machen. Nur amoe. Okay. Haben wir doch schon verloren oder was? We got in off sie. The failed to run away. Ah, wie geht denn das? The failed to run away. Ich würde wahrscheinlich nur Game Over geben. Der Metall ist Empty. Ich habe 3 Items gefunden, die ich einsetzen kann. Das darf aber nicht anders. Oh, White Stars besiegt, er war ein wilder, hässlicher, feindlicher, böser Wilder Zwerg. Die guten Zwerge würden uns nie was antun, denen würden wir auch nichts antun. Oh, doll. Es ist all herfalt, all herfalt. Ich hatte nichts zu tun. Slippi lefte der Party. Kann man dem Zwerg irgendwie helfen? Pick up a Red Hands. Pick up a Dwarf. Jetzt in Metall gehen. Schade. Die Rote Mütze aufsetzen, das wäre nicht uninteressant. Man müsste einen sammeln, um die Gegner besiegen zu können. Die Poster zeigt eine Bildung von einer Missing-Girl. Sie haben keine Ahnung, wer sie sein könnte, weil sie eine sehr frischem Dorn-Pirate-Patch hat. Ich wusste nicht, dass der Name wurde verändert. Ja. Es muss sein Bonzo. Aha. Okay, ich habe einen Speichern. Und alle die Rote waren, die waren verloren. Ah. Ja. Ich kann es nicht sehen. Ja, der Ringer ist so weit weg. So gespeichert. Weiter geht's. Da ist der Frosch wieder. Aber wir sind nicht weit weg von der Trap-Scene. Wir besser hurry, bevor ein Forest-Police geht uns. So close, und yet so far, zu weit weg von der Nord. Aha, aha. Not so long ago, the ground here didn't have holes like a Swiss cheesy in it. Nobody knows why those creatures woke up and came from this underground. You have to put them back where they belong. Get to Get. Get. Okay, wir gehen zu ihm. Können wir schieben. Man kann es treten, oder? Sehr schön. Die Erwachen wehen sich weg. Ach. Armechen. Blöcke. Können wir noch was machen? Hm. Schade. Können wir noch vorher machen können. Fox-fürst. Fürst-fürst. So sieht es aus. Salute. What took you so long? Maybe we should think of an alternative so you don't screw up again. Okay, okay. So we don't screw up again. Better rabbit, rabbit. We crime buddies after all. The enemy may stop being hostile and just walk away, tanking you. Charlie learns to what's so nice. There are also people who lack empathy, who try to emotionally crush the enemies. You can break just about anyone and even the toughest guy can run away crying. I hope you are not this kind of person. Even if it's not my business. Morality is complicated. Eat. Me. Eat. You are a smart person. You will figure it out on your own. Okay, genug glabert. Wo ist jetzt? Ein Gegner. Ein wilder Zwerg. Storff. Storff is really tough guy. The projectiles may not hurt him. Try to once soon amaze him or hurt him with words. What geht das? Attack. Attack. We attack him with words. Skins vielleicht. Und curse words. So. Beleidigen wir ihn. Torf. Wha. 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 Sind wir getroffen? Okay. Wha. 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 den roten verletzen. Sehr schön. Na komm. Das besiegt schon der Zwerg. Bösen Zwerg. So. Zu guter beleidigt. Level 2. Oh, so we are that kind of person. Now let's talk about something less unpleasant. I think we've discovered your superpowers. A powerful mood, my handsome. Remember that with a great power comes great responsibility. In that case, maybe it's worth listening to some advices about Robert. As you can see, I don't call myself the Hind Master for nothing. Who's first wants, or who is priceless? We are free with. I can give you a set of tips for a discounted piece of only two chunks of frog milk. What do you say? Come on, I know that's what you need. Ja, sagen wir mal ja, warum nicht. Behind the frog milk. Mal zwei to slippy. Froschmilch. Von einem weiblichen Frosch abgezapft, oder was? No, we are talking. What would you like to know? Enemies bad moods, good moods and stalk. The worst you mood is louder, your first beat, but not only them. Your words hurt more to... Just watch out, not to overdo it. You can end up in a state that's not so easy to come back from. What would you like to know? The better your mood is, the more your rapport increases. It's harder to make you cry or to get you annoyed. You can also increase the mood of your allies, just in case. Comfort is always an option, expect when someone starts to cry or gets annoyed. But about enemies, I don't know. I've never thought of comforting them. You can be focused twice. And if your mood is actually good, you'll have a pleasant surprise. What kind? How do I know? We're dropped. I've never felt such happiness. Oh boy, I'm so lonely. I'm not crying. You are crying. I'm not crying. You're crying. What would you like to know? Last one more spam. One more thing. Practice makes perfect. The more enemies you convinced not to fight, the better you become in doing so. Some if you end the fight, other less pleasant ways. You know what I'm getting at right? Here on Friday gates. Front gates. Dwarf buries. There they come. The Hase. Mr. Rabbit. A Shroomen? I'm a rabbit. I'm not a human. Rabbit. 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 That's what rabbits say. Don't they? I feel it with my own looks, I swear. Yeah. 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 Hummus haser. I've heard iPhone else. You harass the innocent bunch. Nothing happened. All right. Dodo. Chirp chirp. I'm just an animal. Don't mind me messy. Oops. I mean chirp chirp. Das sind ja verrückte Gestalten. Dünne Fücken kann man nicht. Mit der Echse können wir jetzt nehmen. Gerne Müsse. Die Funde ist immer zu klein. Oh, die Mitrasse ist voll. Das ist sehr schade. So. Was passiert hier unten? Ach, die Schuhe. Du hast uns gefunden. Teehee. Du sagst, dass du uns in die Forst gebracht hast. Dass niemand uns findet. So. Be calm Missy. We are not some perverts. We are just having fun with him. Like any of us. Oh no. She is getting mad again. Don't worry little. Women will save. Good. Let me save her. Mr. Arbit. In a tea party. Und abhauen tun sie. Und die Prinzessin. Die müssen sie mal wieder retten. Die Chance von Mario. Die Prinzessin retten. Und auch noch von Gina besiegen. Oh nein. Game over. Es geht los. Geht's noch hier mit dem letzten Save Point. Okay. Das ist ähm. Das würde ich nicht so machen. Letzter Save Point hier. Ach du Scheiße. Sieh. Lass mal gut sein. Das lasst es noch mal bleiben. Wir haben jetzt lange genug gespielt. Joa. Ähm. Ich mach's mal weiter. Wir haben jetzt lange genug gespielt. Na dann, glaube ich nach oben, soll es euch gefallen haben, falls ich das auf Video hochlade, dann lass ein Abo da andererseits, und ja, schaut auf Deutsch vorbei, das stream ich jetzt fast täglich, sowas hier zum Beispiel, und andere Spiele, und ab und zu auch mal Reacts tun, aber eher selten. Gut, ansonsten, haben wir noch einen angenehm für den Tag, und man sieht sich beim nächsten Video. Bis dahin, tschau tschau an Youtube, tschau Youtube, auf Deutsch geht es jetzt weiter. Machs gut Youtube, bis dann und tschau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020